und damit ein ganz herzliches willkommen hier zu einer weiteren folge von green herr wieder mit dem nico der hier vor mir schon in den knien hockt hallo und ich erst mal weil ich ja okay moment wie denkt man sich also sich auf den boden gelegt das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht weil dann geht die zeit zu schnell sagt es doch die zeit vergeht zu schnell also wir sind jetzt hier und wohl noch habe ich mir schon wieder ein wurm her du hast auf dem boden geschlafen du hält da fängt man sich doch keine wo mein ich bin dafür dass man sich da keinen wo mein fing das ist das spiel anderer meinung trinkt man mal einen schluck jetzt mal gesagt wir nehmen mal alles mit was wir für wichtig erachten zum beispiel ein wurm nehmen wir nicht mit pekari fleisch verdorben haben wir zufällig auch an die zufälligerweise irgendwo einen knochen für was ging noch und ich habe hier einen hier knochen wo wir daraus eine nadel zu machen ne quatsch nicht herstellen sammeln um den wurm wieder raus aus und verband aus dann noch ein verband war hast du auf beiden also wie viele wundern hast du bitte was ist mit was ist los mit dir und dann da guckt man an deinen linken arm an den rechten haben und an dein rechtes bein da ist auch noch ein wurm und bitte an dein rechtes bein da ist auch noch nicht richtig die würmer eingefangen aber sowas hast noch ein knochen nähe oder kostet nummer ja doch ich war ja ich lege vor den knochen da unten ach so geht es natürlich auch jetzt brauchst du verband war auch jeder ohne jeder ohne denke ich muss mich immer noch untersuchen ich habe doch jetzt alles auch vermutlich meckert das spiel einfach nur so lange die wunden da sind ja das kann gut sein weil sonst bin ich aber alles los haben wir hier die kokosnusschalen lassen wir da oder was wir mal einen ausflug hierher machen ja guck mal hier noch schnell weiter wochen wir irgendwie kohle gute frage nächste frage oder trockenes blatt wird bisschen was wir mitnehmen und gucken auch wenn nicht so viel platz ich nehme mal noch ein paar getrocknete blätter mit einfach so machst du mal dumm gefragt du warst doch mal in der höhle und hast eisenärzte rausgeholt bist du danach gestorben wie ich mich kennen höchst vermutlich ja oder müssen halt zurückgehen und machen ich habe das schon gerade in der schlange gehört wo ist das nicht keine ahnung ich habe es schon zischen gehört hier gerade eben hier ist gerade aber irgendwas runtergefahren runtergefahren weil ich höre es hier laufen überall da sind zwei ich brauche fleisch war eigentlich schon wenn du sagst ich habe mein ding geworfen und er ging aber daneben durstig ich hoffe das ding ich hoffe das schwein läuft jetzt wieder nicht weg ich habe voll daneben geworfen ja moment löne weg ich habe auch noch ja 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 ich muss ein bisschen höher zielen das ist das meiner gewesen der maler ingo ist wieder da so habe ich das wildschwein ist tot oder wie ja ja das liegt hier äh nico hier ist ein kugelgürteltier kugelgürteltier ja ich nehme es mal aus ich habe hier noch ich habe hier ich habe den spiel von denen aber hier ist noch ein anderer wo bin ich gerne nehmen ja dann gib mir den steinsperr dann gib mir den steinsperr ja moment mal ich weiß wie ich den los werde wo ist denn der das direkt hier für uns kann ich auf den zielen scheiße ich habe daneben geworfen ich muss auf den zielen ich habe daneben geworfen das war mitten in die presse alter mein gott schwein ich hab dem guck mal judy guck mal schön schön in die presse rein wo ist mein speer ja oh das wollte ich jetzt nicht ja noch wo du den jetzt nehme ich den aus nein 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 das will ich nicht hier judy leg dir daneben oh gott ok jetzt bist du wieder schwer ok hast du noch platz in dem stück des menschenfleisch wo 1 2 3 hier hier 1 2 3 ja ok jetzt bin ich auch zu schwer gibt es denn immer wieder eins wieder ein menschenfleisch kannst du laufen ich bin müde ja du musst mich einmal anklopfen ja ich musste kurz das willschwein hier töten ja ich hab's gehört hallo und herzlich willkommen zurück so was soll ich äh ne du hast schon menschenfleisch medien kannst du jetzt normal wieder laufen ne ich bin bei 50,9 kilo dann schmeißt irgendwas anderes weg weil ich bin bei 49,6 50,3 stück kohle wo ich bin genau bei 50 ja perfekt kann ich mir das merken wo dieses wildschwein hier liegt kannst du das auch schon merken nee ok da den berg hoch weil das hole ich dann gleich noch Moment, ich muss kurz mich waschen. Was mach du? Ich ja eigentlich auch, aber... So, let's go. Alter, was? Moment mal. Alter, hier ist alles voller Wildschweine. Nee. Ja, ist ja gut. Also bis auf die Wunden hab ich halt nix. Warum meckert er die ganze Zeit nicht so untersuchen? Nee, es macht eigentlich keinen Sinn, dich zu töten. Nee, wir haben genug. Eben. Ja, ich wollte es abwerfen, aber dann habe ich wieder gecancelt. Kann es sein, dass dieses Spiel ein Update bekommen hat in der Zwischenzeit. Gefühlt, ja. So, welcome home. Yes. Ich hätte es home nennen können. Welcome to second home. Oh, das ist ein Banan. Ist gut, brauche ich. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt hier ein geschreiender, ein schreiender Typ ist. Ein geschreiender. Ja. Oh, wow. Juli, du musst mich nochmal kurz aufwecken. Mhm. Wolltest du die Bananen sammeln oder was? Hab ich. Jetzt bist du ja überladen. Aber ich hab halt... Nee, nee. Ich hab nur keine Energie mehr. Ich muss schlafen. Oh. Ja. Und ich würde sagen, Juli. Oh, oh. Äh. Ja. Du legst dich auch einfach hin und dann überspringen wir die Nacht halt. Ja, Moment. Leg dich auf den Teppich. Was du hier bist? Menschenfleisch verdorben. Ja, wir haben ja schon mal den Auseinander. Okay, gute Nacht. Ja. Gute Nacht. 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 Geräuslich? Oh, wow. Du musst schon auf deine Lebend... Alter, Nico. Du musst schon auf deine Lebensanzeige gucken, du Held. Ach echt? Ja. Wo hatten wir denn hier ein Feuer? aber ich aber ich bin ja direkt wie hier jetzt erstmal wieder alles aussammeln eine lehmschmiede was kann denn sowas gut die lehmschmiede jetzt ist eine lehmschmiede ja ich gerade so was ist eine lehmschmiede ja das ist doch dieser ofen den wir da oben haben oder nein das ist ein lehmkohleofen es gibt aber auch eine lehmschmiede für das eisenerz wahrscheinlich ja ok das eisenerz das jetzt vermutlich nicht mehr da ist oder ich glaube dass du gestorben bist hier warum liegen hier überall tolle vögel rum das ist die frage wir haben den stachel rochen und wir haben richtig viele bananen die langsam oder sicher verderben langsam oder sicher langsam aber sicher langsam aber sicher hier ist gut aber auch alle gebraucht keine ahnung ich hab dem kassiert aber erst tot und steht hier ein bisschen in der luft rum ich verliere hier ganz schnell leben oh gott ich muss mich untersuchen ich muss welche tasten was muss ich drücken ich hab doch gerade alles aufgenommen nein halt herstellen hier ich höre noch ein ich höre noch ein ich hab jetzt aber nix ich hab vorhin alle da mit gehabt ja ja lass mich doch ok nikol die ganzen dinger sind die ganzen werkzeuge sind weg ja ich weiß was ist los in diesem spiel ja verpiss dich nein ich bin im alten lager ja du hast nicht geschlafen das stimmt das ist alles weg was geht hier ab das war mal ein ordentlich angriff und noch zwei ich war gerade im kraften mann ist mich verarschen das wildschwein ist dies bund ja der ist tot ok das hat gar nichts was wir das wildschwein getötet haben ja ich hatte doch gesagt ich bin genau an der stelle jetzt aber das wildschwein ist nicht mehr da machen wir jetzt hier das ist jetzt aber das war es aber hart belastet ja finde ich auch das ging jetzt ein bisschen sehr schnell aber da unsere ganzen alter hier ist noch mal so ein raubtier nee das ist ein wildschwein nein vor allem vor allem diese ganze diese spitzteile was wir von dem einwohner geklaut haben das ist auch weg eines eines haben wir hier noch eins haben wir noch ich glaube dein also das was du hinter hat ist das ist wieder runter gefallen ich hab's auf jeden fall hier aufgesammelt euch hier ist ein toter vogel ja die liegen überall ich glaube wir haben eine kleine folge solche es ist erst unfassbar mit ist der zweite jetzt eigentlich auch tot das weg gerannt was ist das für ein schisser bringt mich um und läuft weg oder was hat mich ja auch noch umgebracht und der andere liegt hier ja also nach dem chaotischen start hier was ist der plan haut überhaupt juli eisenerz hier liegt eisenerz rum ja hier in der kiste hast du dieses spiel teilgenommen ja also die ganze das ganze verband sache ist weg ich habe gesagt dass wir wir haben überall menschenfleisch ist doch wir haben ja letztes mal 44 typen oder oder drei typen umgelegt wo kann ich bananen hin hier in der kiste aber die sind die ist auch voll die kiste ich habe auch keinen wer nimmt denn ich nehme den mal aus ich nehme den mal kurz aus den was in jaguar hier oder was immer das ist der lag bei mir hinten wo hier hier so ja okay haben wir steine vielleicht da ich ja eh nichts mehr habe gehe ich mal wieder hier auf reise ich habe den kann ich gebrauchen ja dann von mir wo ich okay ich komme schön in das wasser rein ich stimme ich habe ein lager für ich habe ein lager für lange stecke gemacht stimmt ich erinnere mich an was jetzt habe ich egel das ist ja nicht so schlimm das wasser gelaufen und weg 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 mit dir weg mit deutsch nein jetzt habe ich zwei ich höre die extreme und nein ich habe ekel ich habe ekel und was war mit moment moment und was habe ich hier ich habe ekel und mir ist schlecht war warum es mir schlecht ich habe doch nicht mal was gegessen ich habe mich überfressen man kann sich überfressen anscheinend auch gut zu wissen ob ich den ekel her eigentlich ich habe ich doch gesehen du südamerikanische klapperschlange da habe ich mich gerade erschrocken man haben wir irgendwo steine zwar ohne witz wenn nicht kannst du welche mitbringen also wie viel knochen haben wir knochen haben wir steine haben aber auch nicht mehr so viel als wenn du ein paar mitbringen ich habe an uns wäre es so wie ich glaube da komme ich dann wieder so etwas raus wo ich letztes mal auch war gut 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 was was nee wie groß sind die welt eigentlich ist endlich warte ernsthaft keine Ahnung kann ich mir kaum vorstellen ich bin eigentlich auch nicht die ist ja nicht random generiert die ist ja tja gute frage nächste frage ok 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 oh mein gott das erste mal richtig schwimmen ich schmeiß mal das ganze verdorbene gedöhnt schmeiß ich mal weg mach so ein bienenstock kann ich denn abschießen oh mein gott kann ich ich stehe jetzt Honig raus nicht dass nicht dass du jetzt angegriffen wirst ne die Bienen sind weg ne Honigwabel ja spannend ok ok also ich habe jetzt ne Honigwabel abbekommen ok cool ich muss mich kurz hinlegen dass ich Feuer machen kann Hartz habe ich jetzt auch noch gekriegt Hartz für was könnte man denn das gebrauchen keine Ahnung und ein Vogelnest so ich glaube jetzt habe ich genug Energie für zwei Feuer so das heißt wir nehmen äh benutzen ich bin mal gespannt ob ich den Weg wieder finde ich mach zum ersten mal Feuer geil ich habe immer gesagt hier Niko mach ja aber Papa ist gerade unterwegs eben jetzt muss Sohn halt machen doch Setz dich bitte nicht ins Feuer oh Gott oh Gott es ist ne das war knapp ich gähne es muss doch ist doch mal ein größeres feuer geben oder nicht allgemein ist also habe ich mir auch schon gefragt ist muss doch irgendwie auch mal vorangehen oder naja aber was sollen wir oder wie meinst du ja also passiert halt gerade nichts wir kommen ja irgendwie nett voran ich könnte ja auch auf jagd gehen da ist ein stock und ein seil ich könnte ja auch auf expedition gehen aber mache ich ja nicht weil eigentlich könnte man bisher auch zu viert spielen ja vielleicht ist man sofort einfach schneller so in der stein klinge die stein klinge verarbeite ich dann weiter zu zusammen mit einem stock und einem seil so eine hacke dann kann ich noch einmal eisenerz mitbringen bringt es einmal eisenerz mit ist denke ich okay jetzt also jetzt ein eisenerz vorkommen ding aber du kannst es nicht abbauen ich bin vor allem einfach sagen würde hast du eine spitzhacke ich schläge mich mal ganz kurz auf den boden schlafen soll ich auch es ist gleich zwölf uhr sonst verpasst man also jeden tag und verpasst man nachher wieder nicht zuerst fack auf ja ich komme glaub mal wieder ein bisschen richtung wo ich herkomme wenn ich das wieder finde ich war hier schon wieder auf jagd und habe ein wasserschwein erledigt weil ja das läuft hier die ganze zeit rum das getapsel ging ja gut einleuchtend also an knochen schadet es jetzt glaube ich nicht noch einmal ein pauchlager schmutzig geht auch automatisch weg mit dem schmutzigen wasser ich koch gerade schon hier das fleisch du kochst aber das ist schon fertig kein platz mit dem rucksack not really oh gott stress es verbringt ja nicht instant ich habe 20 million baumstamm ja ja durch stecke ich bin gleich wieder zu hause gelaufen da liegen ja die kochen schaden ansonsten nimm du mal das fleisch ja ich bin unterwegs könnte ich auch allgemein gebrauchen ja dann nimm du nimm ich essen bitte hierhin einmal nehmen ach so nur eins brauchst du noch mal verkehrt guck dann mal bitte nicht drauf ok soll ich leg dir noch mal hierhin mit wie geht es denn dir grad nicht so gut dann nimm mal das spruch ich ein bisschen was was fett da haben wir doch diese nüsse da gehabt haben wir noch der warte war denn hier ach du brauchst grün ja ok hier so was kann ich kann den herzding hier auch zerstören das will ich aber nicht honig war aber kann es mit dem was machen verbrauchsgegenstands effekte unbekannt ich kann nur honig war beessen soll man nur honig war essen also ich hätte ja zumindest gesagt dass man eine honig war eher noch erst mal einmal irgendwie bearbeiten muss eigentlich schon aber du hast doch jetzt aber hier in der kiste war noch eins oder zwei ok weil dann mache ich gleich mal diesen lehmofen da aber davor mache ich uns noch mal hier schnell eine kiste kannst du bitte kurz nach dem fleisch gucken da kann ich also das welches medium aber sonst ja ein kokosnüsse ich habe doch zwei kokosnüsse gelaufen oder ja oder eins zumindest hier das heißt erstmal hier trinken einmal austrinken und dann die kokosnüsse mit einem seil das wäre glaubt nicht verkehrt so was wieder zu machen so was wieder zu machen dann bitte mit obsidian und kann auch noch ich hab noch ich hab auch noch hast du noch ein stück ob sie gern gefunden hast du steine mitgebracht ein paar ja kannst du dir hier links in die kiste noch tun irgendwie in verwendung hier und wieder wieder die neuer links nicht besser das hier ist links ja wieder weg gucken so bleibt mir eine übrig ja sozusagen der schwarzen aber auch für diese folge ich nehme hier noch schnell das fleisch habe ich noch mal was zum drauflegen was genau hier kann man hier kann man einfach nur sachen aufhängen zum trocken oder was da kannst du zum beispiel so ein blätterhaufen hinschmeißen ja ja zum trockenen hängen zum trockenen genau dafür ähm für dings dass wir das benutzen können ähm hier für für du weißt schon hm ist da grad schlappen was da reingepackt ok ja moment ich bin gleich soweit ja moment ich bin gleich soweit hier stehen von wegen ich habe hier mal unseren schmutzhaufen hingeschmissen das ganze verdorrte fleisch und essen ja alles was verdorrt ist keine ahnung ob das irgendwann mal verschwindet das ist irgendwie krass viel ja weil wir tatsächlich auch ich denke mal wenn du zu viert bist brauchst du auch deutlich mehr das kann natürlich gut sein ja es ist aber nur so eine vermutung von mir ich würde grob schätzen man braucht doppelt so vielen leuten doppelt so viel essen doch doch das ist so eine pima daumen rechnung die ich gerade gemacht habe so also das war es mit dieser folge ein bisschen ein paar mal gestorben und wie es weitergeht seht in der nächsten folge schaltet auch da wieder ein ansonsten macht's gut bis dann tschüss 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 tschüss